alle hinter mir mitkommen ich werde euch ich habe die macht ich habe euch jahrelang bezahlt zwei jahrelang für euch da aber mein wahres gesicht werdet ihr jetzt sehen guckt euch mal was ich habe habe ich noch nie gesehen so ich werde euch was sagen was jetzt machen werdet ihr habt zwei möglichkeiten entweder runterspringen oder ich werde eure kinder töten eure frau und alles mögliche sucht euch das aus ich ziehe gleich ein seil wenn du jetzt nicht aus aus wollte ich selber töten oder ich werde eure baby töten euer kleines kind fleisch und blut wollt ihr das letzte chance oder ich knall dich ab ich knall dich ab du tust es als allererstes sofort nicht reden oder ich knall dich ab so nächster bitte sie sie haben ein kleines töchterchen ich habe gehört es ist ein monat jahre alt ganz süß ganz schön kommen sie mal mit kommen sie mal mit kommen sie mal mit ich werde hier nichts tun wenn sie nicht runterspringen das war's suchen sie sich aus wie schön euch leiden zu sehen wollt ihr dass ich in los santos der bösewicht werde und euch mein ganzes ruf zerstöre kommen sie mit sie haben eine schöne geile frau möchte dass sie stirbt möchten sie das ihre kleine bitch frau alter springen sie sofort oder ich schieße sie ab ich schau alle springen runter kollege fang mich auf ja wahrscheinlich der ist selber tot und herr polizist die waren ich habe sie drei jahre trainiert drei jahre habe ich eine weste geschenkt ich habe ihnen die besten anzüge beste schutzwesten geschenkt und sie haben nicht mal ein menschenleben gerettet mit kommen mit kommen runterspringen so sie sind der letzte nein ich hab sie aufgemacht ach du scheiße lassen sie mich in ruhe lassen sie mich in ruhe ich hab sie auch ich hab sie auch nein ich seh sie von oben ich seh sie von oben nein ich lässt dich tun nein es war schönes leben ich hatte autos ich hatte polizisten ein